Racktopf, Racktopf, okay, okay, alt schließen. Bereit, komm ich du. Hüpfen ist anstrengend, ja? Ich habe übrigens gefurten, wo du die Stelle gehabt hast mit dem... Nein! Nein! Warte kurz, ich will begrüßen. Okay, warte. Ich bin doch kurz Speedrunner. Ohhhh, dead skill. Stellen wir uns da oben auf den Berg, das kommt, cool. Hä? Okay. Schau zum Mund! Warte, in die Richtung. Bereit? Okay, wer macht Begrüßungen oder ich? Ich. Okay, dann sag willkommen zur neuen Aufnahme-Session oder zur zweiten Aufnahme-Session. Ich fang dran. Hä, warum ich? Ne, fang dran. Ich? Okay. Wie packe ich die Waffe weg? Keine Ahnung. Okay, wir warten kurz, bis der sich wegpackt. Dein Gürtel sieht cool aus, fällt mir gerade so auf. Meiner? Ja, ja. Oder schon sagt deine, ich habe keinen Wort verstanden. Dein Gürtel sieht cool aus. Ich weiß. Aber fuck. Wie packe ich die jätteligen Waffen weg? Geht's in den Inventar? Auch egal. Geht's in den Inventar? Geht's in den Inventar? Ha, ich bin schlau. Hä, warum ich bin im Inventar? Wenn du in den Inventar bist, dann hast du bei mir nicht. Einfach alles so geklaut von Guild Wars, ganz ehrlich. Ja, ja. Die haben mich übel geklaut von Guild Wars. Das Spiel ist Guild Wars. Ja. Pack wieder weg. Inventar? Ja. Okay. Okay, warte. Ich gehe kurz auf STRG. Ähm. Äh. Äh. Ah! Ich weiß jetzt welche Taste. Welche? Die unten neben Y. Ah. Hallo. Hallo. Okay, ich fang an, okay? Okay, ich muss erst noch trinken. Loll. Okay. Warte. Ah! Fuck! Geil! Warte. Warte. Jetzt muss ich erst am Mund halten. Jetzt muss ich noch trinken. Au. 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 Richtig geil, Alter. Die rote Schorle hier. Die rote Schorle hier. Die ich aus dem Aldi hab. Von Goldfett. Alter. Das müsst ihr euch einfach unbedingt reinziehen. Ausbreit. Mhm. Boah. Okay, warte. Okay. Okay. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Teso. Hallo. Hallo. Mädchen und lieben Riders. Ja. Die zweite Aufnahme Session. Nicht Folge. Oder was Gott was. Session. Ja. Wir sind hier wieder in dem Ding. Und wie ihr seht, wir haben beide neue Rüstungen. Oh. Okay, das erklär ich kurz. Oh. Das kommt nämlich daher, weil ich mal beim letzten Mal Folge, haben wir das noch drauf gehabt in der Folge? Nein. Äh, nach der Folge haben wir nämlich, äh, Schmiede, Schmiede gekunst gelernt. Genau. Und da ich, äh, beim letzten Mal vielleicht ein bisschen gefarmt hab, äh, hatte ich viel Eisen und mit viel Eisen kann man bauen Rüstung. Was? Da ich gebaut hab Rüstung für Level 6 und erst war Level 5. Ich hab gedacht, warum nicht kurz bis Level 6 stufen. Hab aber keine Quest gemacht, das heißt, ich hab nix verpasst. Ich bin also lediglich nur eine halbe Stufe hochgestiegen. Und ich hab ne coole Rüstung. Genau. Und ja, wir haben beide gefarmt. Ich hab noch Level 4 Rüstung, weil ich erst Level 5 bin. Das ist ja dann, dass ich nicht mehr gespielt habe. Und wir haben jetzt beschlossen, dass, wenn wir alleine spielen, keine Quests machen, sondern, äh, offiziell nur Farmen und Leveln und so. Gell? Ja. Guck mal, mein Schwert. Oh, fuck, das ist gar kein Schwert. Fuck. Guck mal, mein Schwert. Oh, das ist gar kein Schwert. Okay. Ich würd sagen, wir laufen einfach mal da hoch. Wir laufen einfach mal da hoch. Passt. So. Da ist ne Tonte. Oh, Tonte. Almarat. Almarat. Rang 2 bei leichter Rüstung erreicht und das nur, weil ich gelaufen bin. Neuer Schauplatz. Ja, was jetzt? Ja, leichte Rüstung muss man tragen. Warte, wir müssen da rein, oder? Oh, warte. Ich glaub, wir müssen da rein, oder? Äh, I don't think so. I don't think so, too. Benutze die Hundepfeife. Wir haben ne Hundepfeife bekommen. Ne? Was ist ne Hundepfeife? Warum gehst du da lang, wenn die Quests rechts sind? Ja, wo ist hier ne Quest? Ich versteh's nicht. Hier, benutze die Hundepfeile bestimmt rum, oder was? Lauf doch da lang. Wo, wo denn? Guck doch, Karte oben, ha? Karte oben, ah, da. Hab ich nicht mit der Schlampe geredet. Doch. Benutze die Hundepfeile. Die Schlampe sagt, du bist ne Schlampe? Die Spiel ist vor brutal Betäten, das glaub ich Hunde. Hunde? Nein, ich glaub, wir kriegen einen Hund, der bringt uns, äh, 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 äh. Guck, ich rede jetzt mit dem Schlampe. Oh, guck mal hier im Mund! Ich... Hey, ich hab auch einen. Ich hatte ihn zuerst. Bei dir ist gar keiner. Äh, doch. Komm, wir müssen dem hier nachfolgen mir. Ja, mein Hund ist hier drüben. Meine, meine, hier unten. Meine, meine, hier unten. Meine, meine, hier unten. Meine, du laufst gerade durch den Hund. Ich lauf Gott in meinem Mund nach. Ich bin dafür eine Kugel. Ich glaub ich weiß, wo wir lang müssen. Ich glaub schon. Oh, Wölfe! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Ist bei dir was daraus? Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, Scheiße! Scheiße! Renn Junge. Renn, da sind Wölfe hinter uns! Sind wir dumm oder was? Oh Gott. Ich hab noch nie was aufgeschlossen. Tja, ich mach jetzt die Quest zu Ende. Und du nicht? Ohhhh. Fuck, ich hab's nicht geschafft! Schloss zu knacken OOHHHHH FUT ME GERNES NEIN Auf dich, Eilhund habe ich gelesen Ok, Money Retsch Guckst du in der Fight, steht da? Ja Uh, die harte Krabbe, Alter UGH Auf einmal liegt da einer BUSCH Ich heil dich Eien ein Teil der sie so ähnlich aus alle in die Geräusche alle E-Pisch E-Pisch ja der Springer man machte dürfen der erste drüben Prozent Prozent Kierke um nur was ist das drüben Gumm' mal! Bei dem läuft! Was sweet! Das bestimmt ein Easter Egg, den wir das für nicht verstehen. Ja, genau. Ich brauche auf jeden Fall in den Ohren. Guck, die Hochelfen machen sowas nicht. Ja, wir Hochelfen sind oldschool. Ja, wir sind schlau, Alter. Guck mal, guck mal den Wolf an! Guck mal, guck mal den Wolf! Siehst du den Wolf? BITCH! Ja, ich habe das schon gemacht. Wölf, bzw. ich habe noch getroffen, auch wenn es nicht lastet war. Wölf! Alter, das ist so OP, wie wir beide da einfach den Wolf Dorn machen. Okay, weil wir brauchen zwei Schläge. Es ist OP, habe ich gesagt. Übel, die alle schweren. So ist keiner. Wir gehen darum, dass ich würde jetzt die Mutter ist mir OP. fett, vial. Dies ist toll. Dies fett, vial. Hast du dich! hunting pint? Aa, dunkel. So, let's thank time right there! Bовал! Baaam! Das ist so geil! Prozent ich hatte gerade gesagt ich habe keine Zeit Leute du machst mehr damit schätzt ich ja ich bin auch will und lassen aller Lutschmann sagt der Eisgert auf die haben Null Chance gegen uns mir gerade so spontan aufgefallen ganz so aus das man dann das Haus reingehen Alter die Attacke ist OP ich feiere die so episch ab was auch lustig ist was ich gleich zeigen muss ach guck mal da Feuer sicher dass das Feuer war Aua ja das war Feuer Rang 5 bei Zorn der Mörder Götterischen irgendwas da hinten guck mal ich muss dir das zeigen gesehen ne was ich bin jetzt herumgebackt ja eben wir gehen ist da hoch oder auch nicht lol hier soll ich lesen hier oben gibt's nichts stärken bestimmt was ich probier's was auch von hier oben so ne Bility runter ja hab ich auch grad machen wollen aber hier ist gleich ne kann nicht warte da unter uns ist einer h h h h neil was total lustig ist wenn er hinter dem Gegenstand ist dann tue ich da einfach an dem Gegenstand vorbei bei h 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 um Prozent mehr als erledigen die Marke Pferd-Lappen oder es verrägte ich enthalten erlaubt worden war weg in der Türkei damit mir ein halbischer Gesetze noch Schaden gemacht ein das ist immer gut durch dieses Anfragen es ist egal wie weil ich wegstehe ich schaffe immer noch rechtzeitig okay zwei von drei Bühnen da lassen wir noch ins letzte Haus reingehen das in der Mitte da waren wir noch nicht drin an das Rechte waren wir auch noch nicht so dass er sind Rechte gehen ein Teil ihrer nicht töten ja ich krieg die immer gerade noch ab auch der andere Eifkalt wegrennt warum rennt er weg ob das Bühne oder oder war es nun kann es nicht lesen das ist schon wieder gestand ich kann es nicht lesen da ich bin auch die Übel die Argel von einem weiß nicht mal er ich hab mir einfach nicht gedacht das ist ein Backes oder so irgendwas man kann halt einfach nichts machen das ist ein bisschen Scheiße gemacht aber er will ich schon so irgendwie dass man so im Kreis wackelt wenn man gestern ist oder so was Geld das man zieht er weiß vielleicht was auch ein Programmierter war einfach guck mal da Böch mal auf Böckchen was macht man da hinten ja auch noch ich dachte wir gehen noch ins letzte Haus rein da ist aber nichts da ist bestimmt was ich weiß nicht in jedem Haus da ist nichts hast du die Quest hier schon gemacht ich bin einfach reingegangen dann musst du nicht die Quest machen achso ja ne verschwindet was ok cool wir sehen nicht aus wie ein Bandit ich weiß warum ich auch jetzt bin ich ein Bandit ich geh rein warte doch kurz jetzt sehe ich auch aus wie ein Bandit nein aber mir steht dass ich gerade verborgen bin obwohl ich nicht mehr schleichen ja weil wir an die in der Nähe das verschwindet Kieler sogar ein jetzt einfach mal die die bitte tut mir nichts ein Dringlinge das ist er hat über seine eigene Falle gelaufen diese Lappen jetzt mal ganz ehrlich wie dumm ist man auf einer Skala von 1 bis 10 100 dümmer als Frau verstanden weil wie dumm ist man weil der war schlecht und ich kann mich nicht bewegen auch das geht kann sein das einfach vorbei gehen können du morgens ja aber es ist ich weiß ich habe ihn getötet du hast kein XP dafür bekommen guck mal guck mal ich laufe hier fick dich nur zu schlagen ich will nicht schlagen ich störe ich denke ok laufen wir jetzt einfach mal dran vorbei funktioniert nicht doch ich meine Inventars voll ernsthaft bin ich 哦 so kann man ich Vielen Dank.